Und jetzt ist sie hier bei uns, Silvia Dias. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ach du, Liebezeit habe ich einmal gehört bei den Bildern. Warum das? Ich habe da gerade was entdeckt. Da war ich noch ganz, ganz klein. Ich habe mein erster Live-Auftritt mit der Band von Papa, da ich Lambada getanzt. Da kam, oh Liebezeit. Und der Papa, alle waren Sie musikalische Familie und die Mama logischerweise auch. Ja. Von Geburt an, haben Sie die Musik im Blut. Ganz genau. Meine Mutter musste ja Konzert abbrechen, da die Fruchtblase geplatzt ist. Aber eigentlich hatte sie noch vier Wochen Zeit und ich eigentlich auch. Aber ich hatte es eilig. Ich wollte mitmusizieren. Sie sind offensichtlich im Rhythmus geblieben, damals schon hinter und auf der Bühne. Super Day, das ist jetzt die Single. Wir haben gerade das Video dazu gesehen. Was ist denn für Sie ein Super Day, ein super Tag? Heute kommt schon ziemlich nah ran. Das gute Wetter muss auf jeden Fall dabei sein. Musik mit Freunden vielleicht, einfach ein bisschen musizieren mit der Familie auch gerne. Aber gutes Wetter muss auf jeden Fall dabei sein. Da kommen wir ziemlich nah dran. Yesterday, a Dreamer, so heißt das komplette neue Album, die neue CD, die rausgekommen ist. Das klingt schon so alt, Yesterday. Gestern war ich noch ein Träumer. Ja, man entwickelt sich ja schon mit der Zeit. In den letzten zwei Jahren habe ich einfach viel erlebt nach der Veröffentlichung der ersten CD. Man erlebt einfach viel, bekommt viele Eindrücke, muss manche Sachen vielleicht auch erst mal verarbeiten und verkraften. Das habe ich mit Yesterday, a Dreamer auch versucht und auch geschafft. Und es gibt manchmal Tage, da steht man einfach auf und denkt, boah, ich war bis jetzt echt nur ein Träumer gewesen und möchte jetzt in eine ganz andere Richtung. 25 Jahre alt. Da darf man aber auch noch ein bisschen träumen, finde ich. Ja, also träumte ich schon auch noch. Von was? Ach, von was? Die Welt erobern. Ganz viel Musik machen. Zum Beispiel. Welt erobern war es vielleicht noch nicht ganz, aber ein riesengroßer Erfolg war zum Beispiel in diesem Jahr die Nominierung beim Best Voice Act 2011. Vielleicht sagen Sie ein bisschen was dazu. Ja, ich habe den Award Best Voice 2011 gewonnen, von einer Fachjury ausgezeichnet. Das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes, wenn nicht nur das Publikum entscheidet, sondern auch wirklich Leute, die mit großen Künstlern schon gearbeitet haben und Rolling Stone Magazine und so weiter. Das sind ja schon Namen, wenn man da ausgezeichnet wird. Und zwar diese brillante, fantastische, kräftige Stimme wurde da ausgezeichnet und prämiert. Und das ist die eine Seite von Ihnen. Wir hören gleich noch was anplagt von dieser Stimme. Eine andere ist, Sie designen Schuhe und zwar neben Heidi Klum, also in der gleichen Reihe. Wir können uns vielleicht mal ein Beispiel davon angucken. Ja, was hat es denn damit auf sich? Schmetterlinge. Ich habe da eine eigene Schuhkollektion in meinen Lieblingsfarben aktuell. Es ist ziemlich rosa, passt zum Sommer. Und da darf ich mich verwirklichen. Auch das ist für mich eine ganz tolle und große Sache mit den Schuhen. Frauen und Schuhe, nur ein Klischee? Ja, nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das hervorragend. Wie viele Schuhe haben Sie zu Hause? Oh je, ganz viele. Ich zähle sie nicht. Lieber nicht. Müssen wir auch nicht zählen. Dafür hören wir uns gerne was an. Also erstmal vielen Dank für den Besuch hier bei uns. Sie sind hier zusammen mit Ihren beiden Gitarristen heute bei uns, Silvia Dias. Und der Georg Mayer, der begleitet uns jetzt auch. Und wir hören jetzt die Single-Auskopplung, Super Day, anplagt. Aber vorher, vielen Dank, darf ich mich schon mal von den Zuschauern daheim verabschieden, denn im Anschluss gibt es die Nachrichten mit Daniela Schick. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und jetzt ganz viel Spaß und vielen Dank euch dreien, Silvia Dias und Co. Das ist die Nachrichten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, yeah, it's a super day, oh, I'm gonna fake my way into the sunny haze, oh, yeah, 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 it's a super day, and I'm not such a waste of time. I'm pretending that you are mine.